Der Tag geht zur Neige und der Nebel legt sich wie ein seidenes Bettlaken auf den verführerischen Körper einer unbekannten Schönheit. Über Wiesen, Wälder und Auen. Bevor es dunkel wird, müssen die beiden Männer ihren Schlafplatz gefunden haben, denn sie wollen ja ein Zelt aufbauen. Und hier draussen sind sie ganz auf sich alleine gestellt. Hier ist der Wegweiser. Speckbach, Wasserfall. Fünf Minuten, da gehen wir jetzt gleich hin, das ist ja perfekt. Das glaube ich, wenn ich sehe. Ja komm, lass uns hingehen. Wir müssen ja das Zelt aufbauen. Und zwar relativ zügig. Jetzt gehen wir da rein. Der Regenwald. Gute Flachhalten. 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 Oh oh, jetzt geht's runter hier. Kommst du? Probierst du? Ja, ich bin hier. Ah, hier ist eine Lichtung. Guck. Da, da, vielleicht kann man da das Zelt aufbauen. Ja, jetzt gehen wir da oben hin. Da auch, da bin ich hier relativ tief. Ich meine, genau das habe ich gemacht. Gut. Gut. Die beiden Abenteurer erreichen ihren Biwakplatz. Inzwischen ist es dunkel, wie in einer scheinträchtigen Kuh. Das war gar keine Gesundheitsmatratze, oder? Das war keine Gesundheitsmatratze. Scheibe, du. Das ist das Bad, ja? Ich wollte eigentlich mitten in der Nacht schon mal aufs Klo, aber... Das war ja so nass. Das war ja so nass. Das war ja so nass. Und was gibt es? Ich bin sehr anspruchsvoll aus. Frisch gepresster Orangensaft bitte, zwei Eier im Glas und Toast. Toast? Ja, nicht zu dunkel, nicht zu hell. Oder doch rohen Fisch. Gebe ich dir mal schon. Untertitelung. BR 2018 Aber es ist schon unerhört, die Touristen überall, wo die jetzt hier. Wir allen hier. Ich bin nur Hobbygolfer. Und bei meinem Golf, wenn ich jetzt hier schlage, treffe ich 100% in den See. Dann habe ich, glaube ich, die Chance, dass ich einen Fisch so raushole, also mit einem Golfschlag, ist entschieden höher, als wenn ich hier stehe, bis ich festwachse. Sag mal, darf ich auch mal? Einmal. Einmal hier. So wie viel Fußball. Bei mir ist es. Golfen sowie Angeln, sowie Fußball. Das sagt man so bei Golfen hier an so einem Wasser, oder? Genau. Ich schwöre dir, ich habe Bescheid. Ich schwöre es dir. Hast du noch Sex? Oder spielst du schon Golf? Sagte das Mädchen zum Matrosen. Das zählt ja nicht, oder? Ich spiele ja kein Turnier. Ich habe ihn getroffen. Ich schwöre es dir, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich schwöre es dir, ich habe ihn getroffen. Meine Fresse. Ich habe den Fisch getroffen.